weggeschnopft euer nasen kenne ich ja nicht anders linja looter hallo liebe leute und willkommen zurück zu 7 days to die und ja mit dabei habe ich den luxor meintzeit den wadzi und den aurex nein nein ja wenn euch wundert warum steht zwar tag 13 rum wir haben ein bisschen vorgearbeitet wir haben uns hier also was sie hatte wasser gefunden und da haben wir uns einfach ein paar einmal erstellt und ja das wasser hergeholt und haben wir mit brigg einfach einen schönen kleinen pool gemacht aber halt ordentlich sand und stein abgetragen und haben halt hier auch zementmischer gestellt das heißt wir planen schon unsere nächste base an zementmischer haben wir auch schon dazu möchte ich mich äußern ich war nicht dabei als die vorgesuchtet haben okay geschlafen ja was hier eigentlich mit dem blog greift er an das ist wie ein pokémon oder wieso ist das ding hier auf dem brunnen was so geben wir mal leite hier ja tot warte schuldig aber ich habe das pokémon gefangen nein die brauchen wir zu benzin nicht nehmen die sind nicht zum essen gedacht eirex kann es kaffeebohnen kauen oder so die sind ja nicht ganz blöken wir brauchen auf jeden Fall weil wir ja so viele sind brauchen wir ziemlich viel meist zum anbauen damit er halt schritt herstellen können also wir haben als sie selber noch nicht ich weiß auch nicht also wir haben folgende alternativen für euch essen fahren weil das haben wir kein probleme mit wasser ist aber das essensproblem und ja deswegen gehe ich auf jeden fall los und gehe in die stadt und weiter lupen hier hat man mitkommen kommen aber ich gehe in die andere stadt nicht da wo dann komme ich nicht mit und zwar die nach osten die nach osten also da wo wir wo ich eigentlich mit dabei war am anfang hoffen dass wir dann mal ein buchladen finden ach so da wo die bank war ja oder was macht denn was sie eigentlich der hat sich gar nicht geäußert dazu ich bin jetzt gerade ja hier beim retöten retöten fleisch 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 was mache ich eigentlich aber ich wollte ich habe noch irgendwo hätte ich schon vorgerannt das spiel zeigt mir gerade an dass ich keine freundin habe kann ich verstehen ich kann es verstehen das war jetzt aussie wie ich zu dir war ich weiß nicht was ich da gemacht habe ist ja jetzt eigentlich blau nee was ist blau wo ist denn atta hat das in einer base woher willst du wissen ob ich blau bin was ich denke da wollte nach osten das norden was ist im osten der stadt ist lebensraum so kipp und klapp auf den mund gebrauch da gibt doch drogen ihr nehmt doch alle drogen weil ich gucke auch wenn jemand noch paar ich bin oben lang gelaufen wegen den nestern und das ist ein zombie da hat sich gezogen da vorne springt da rum nackt nackt durchs gebüsch mach kaputt atta mach kaputt wo ist mein hühnchen wo ist mein hühnchen wo waren die alles da jetzt da ist drin ja sie wollte gerade kaputt machen so ich geh direkt wir haben ja vieler mal ein ei gefunden ich habe auch ein ei und ein paar federn zwölf davon ist ein schwein davon ist ein schwein töten das bevor es eier legt was willst du schwein töten damit es eier legt bevor es eier legt hä wieso treffe ich denn die zombie-tandier nicht du musst doch zielen ja mach ich doch wären lauter kopfschüsse gewesen aber du musst auch auf die zombie-tandier zielen ach die legt was ist das denn was ist mit dem gehosteten server hier los die legt gar nichts das schwein ist einfach mal ganz nah an mit an dann ist die ganze Zeit weg mein hühnchen ist weg oh Henkelas ich bin ich bin weiß nicht aber ich will schnitzel haben los komm her du bist schon so ein schnitzel ich bin dann hüse nicht zum schnitzel loo so ein schnitzel so ein schnitzel demnächst sogar tag 14 sehe ich gerade das heißt die zweite welle kommt richtig alles andere nicht sogar vor der Ausnahme gesagt boah haben wir noch bisher Zeit hier 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 schweinstürt ich glaube er hat keine hunde hortet aber antreffen so seid ihr schon weiter jungs ihr seid schon weiter komm jetzt mit schwein da so so oh da ist ein Hirsch Hirsch scheiße kaputt machen oder was ja klar wir wollen die drei Liste hacken um nur Essen zu kriegen vielleicht ein bisschen in the forest jawohl kaputt ist er ein Messer hatte ich da auch irgendwo hat aber nicht mehr viel Haltbarkeit hättest du mal reparieren sollen wow hüpf hüpf schön die Athletik hochkriegen yeah 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 was hat es oder was war es war es aber kommt quasi auf selbe hallo 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 weiter weiter nur nicht aufgeben immer weiter ach so vergesst du es kaputt zu machen verdammt so ein Zufall das hier ganz schön oft passiert ach quatsch kann ich mir also gar nicht vorstellen das würde mir nie passieren never ever ne ever never ever never never ever 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 never 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 schwester ever oh hey lumara ah ah 3 weiter also man der würde ich darauf zugreifen und dieses äh Vogelnässe hier oh okay ah wachst ihr mich haben auch nebenbei auch eine Weile wo wir am Stein klappen waren und so weiter ordentlich Gunpowder hergestellt ein wenig ein wenig was was habt ihr hergestellt Gunpowder damit wir ordentlich hier ist noch Hirsch auf deutsch kaputt den Hirsch so 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 wow was war das so 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 ja ja weil doch ein Hirsch hier ist Hirsch doch Hirsch doch vorbeigeschossen hm 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 also du bist auf Augen dran sag's doch gleich ja ne ist so schlimm ich hab ja auch schon mal ein Fleisch gefunden das ist ein Hase und ich bin voll also blau auch bei mir bist du voll blau und hier ist Kohle wo ich bin brauchen wir Kohle 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 ich treff den einfach nicht diese Ratte lass mich doch in Ruhe bin ich jetzt hier alleine in der Stadt oder ja bis jetzt ja da sind eine Menge Zombies auf sich zu ich merk's gerade so oder du musst immer da sowas ich komm mal zurück consensus sagst du hast den Hirsch nicht anlegt dann bräuchte ich nicht weiter folgen ohne oh Mansion oh und es wird nacht es wird dunkel mach die Arme auf prise sie sie zombie dame assemble zombie dame an mit einer willst du finden ohja da ist schon einer siehst du sieden siehst du siehst du wir waren in unserem Pool drin, der ist so dreckig. Ja, Eirex, wohin? Ach, Algo. Ich verbiete mir jeglichen Kommentar. Lebe mal ein Ducktape. Ja, Ducktape, genau. Ducktape, oh, oh. Wir rennen da hinten rum. Oh, Alter, jetzt kommen sie überall. Bin ich froh, dass ich nicht mit musste. Bin ich froh, dass ich schon in der Stadt bin, und wir ganz alleine sind. Ich finde ich alleine. Wo bist du? Bei der Polizei, der Wache bin ich hier. Ach, du bist da hinten, ich bin hier ganz schädlich auf dem Dach. Nein, das liegt doch schon wieder. Ich hab acht Eier, neunmal Fleisch. Das war dein Test malen. Ab wann rennen die Zombies? 22 Uhr, 00. Ist es nicht immer die gleiche Zeit, weil wenn ihr jedes Mal neu fahrt? Na, gar nicht. Ja, er hat keinen Gesprächsstoff, deswegen zwingt er uns so ein Gespräch auf. Ach, war es schon theoretisch. War hier schon jemand drin? Hat er? Ne, da war ich noch nicht drin. Das würde ja auch ein Frame rüberhängen. Da, okay. Vielleicht gibt es ja noch andere Eingaben. Noch essen. Geht ihr essen? Den, das war alles geschehen. Den. Mmh. Doch, da waren wir doch schon drin, oder? Ich hab gerade ein Rezept gefunden. Für Leder-Test. Albranchest-Armor. Gleich mal lernen. So. Shotgun-Mess. Was denn? Rocket Launcher Receiver. Ich glaube für Raketenwerfer selber. Aber nur ein 25er. Soll ich zerlegen? Bei dem im Halt erstmal. Würde ich sagen. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Ja, weil bei dem ist wieder was anderes. Ja, ja, nee, nee. Bei dem ist wieder was anderes. Ich fülle meine nicht so oft. Ich hab ein Nachtsichtgerät gefunden. Funktioniert das auch? Hier ist ein Hase! Was kaputt? Oh, ein Gefängnis. Ich hab ein Mining hergefunden. Wir brauchen sowas. Okay. Den setz ich mir jetzt auf. Komplett im Boxershot. Nein, so muss das. So. Oder brauchen wir hier ewig bei den Gefängnisdingern? Nee, zerlege ich jetzt nicht. War zu faul, ja? Faul nicht, aber es dauert ja ewig die Stäbe da zu zerkloppen. Das hört ich so an. Aber mit einer Steinachse auf eine Wallbücher klopfen. Das ist ja was anderes. Das war ja auch vergnüßend. Das war ja auch vergnüßend. Ich hab Essen gefunden. Ich auch. Ich war nur noch ne Dose, aber... Ich hab ne Toilette gefunden. Ich hab Landwien mitgebracht. Mit... 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 Kaum essen, aber haufenweise... Äh... Leere Gläser. Salaten. So, aber warum ist das so? Reinschauen. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht wapperdumm? Oh, wir... Wir haben jetzt mittlerweile schon elfmal Honig. Hm. Ja, ich hab auch vier oder fünf von reingepackt. Oh. Aber was ist das hier drin? Wo ist das Klicke hin? Kampfstiefel. Anziehen. Mal hol's. Kampfstiefel. Ich hab ne, äh... Was ist das denn? Search for Munition Box. Ich glaub, ich hab ne Sniper, äh, Dings gefunden. Wollen wir mal gucken? Weiß nicht, was das ist. Warte mal. Ein... Sniper Rifle. Schematic. Schematic. Ja, ist doch not. So, brauchen wir's. Ich hab hier ein Clawhammer Schematics. Dann haben wir das. Und ich kenn den schon. Braucht den irgendwer? Nee, ich kannte den noch nicht, hä? Hatte ich den nicht schon mal? Noch nicht. Was hier so schönes ist. Oh. Und die Clawen. Also, was auch noch mit. Er ist komplett offen. Hey, ich mach genau hundert Schaden da dran. Das ist schon cool. Äh. Oh, es wird ja schon dunkel. Ach nee, deswegen hab ich doch vorhin nachgefragt, wann die Zombies rennen. Ähm. Und wann rennen sie? Von 22 Uhr. Der Penny hat's nicht gewusst. Warte mal. Wo laufen sie? Das ist später und keinem Gefühl. Früher. Ich hab das noch vergessen. Wann laufest du nochmal? Wann zum Beispiel. Achso, wann nochmal? Ja, nein. So, gehen wir mal die Toilette gleich noch rein. Ich sch... Ah, ah. Also, so. Na komm, wir Gas. Der Essensvorrat füllt sich langsam, aber steht. Ich hab auch wieder ne Dose gefunden. Oh, ledös. Hier ist schon jemand. Ach, hier Schießstand. Hier ist schon jemand vielleicht von oben. Ich bin das. Oh, und die Zellen kaputt. Oh, und bei mir hier ist ein Waffensafe. Ja, mach auf. Aber bevor du aufmachst, skill dich nochmal hoch. Ja. Was ist, bevor ich aufmache? Hochskillen. Und was denn hochskillen? Na, hier die zwei Punkte, wo Atta sagt... Quality Joe und der andere war... Wie hieß er noch? Auf Seite 3. Scavenging. Ich kann auch noch ein paar Punkte dransetzen. Da war ich besser an Loot. Scavenging. Und Quality Joe. Also Scavenging hab ich auf 9. Ja, hoch damit. Und Scavengy Joe auf 0 von 3. Wie viel Punkt hast du? 6. Das heißt, ich kann bloß Scavenging machen. Okay. Was crappen wir das mal? Gerade angehört, dass wir hier ein Zombie... Scavenging auf 15. Schon wieder 1.000 Sprit. Ist ja geil. Okay, der braucht jetzt nicht... So, kommt mir hier irgendwer helfen, den Waffenschrank zu zerlegen? Oh nein. Ich würde gerne, aber es wird dunkel draußen. Na, dann komm her. Hab dich nicht so Mädchen ab. Ich mach mal die Zellen kaputt. Die müssten hier für die Waffenschränke noch so eine Art Minigame einfügen, dass du da an dem Rad drehen kannst. So, wieder ein bisschen was. So, safe stellen. Nicht, dass mich hier links oder rechts irgendwie ein Zombie überraschen möchte. Ja, der ist schon offen. Danke. Ich bin gerade rechtzeitig gekommen. Hätten die noch mal schnell gelootet. Weggeschnappt von der Nase. Da kenne ich ja nicht anders. Ninja-Looter! Oh, da schreien sie schon. Für nichts. Nicht, was da drin. So, Sprache. Ähm. Ja, den Motor kann man ja mal scrappen. Da war besser. Hier, Adap ist schon wieder in der Base oder was? Nee, irgendwie in der Zelle. Sandwiches brauchen wir auch nicht mehr mitnehmen. Was sind denn Maple Seeds? Brauchen wir die? Nö. Maple Seeds sind baumsamen. Brauchen wir die? Nö. Ahorn. Maple ist Ahorn. Echt? Ja, wie echt? Natürlich. Also bitte. Ja. Da haben wir hier alles. Da war schon drin. Ja, können wir ja mal ne Kiste basteln. Gleich. Und deine Kisten. Du zerklopst doch eh alle Kisten denn. Nee, auch wenn wir mal sammeln wollen. Ich bin fast voll. Der ist da gerade rausgerannt unten. Ja, ich bin wieder da. Hm. 10. Ihr lasst mich doch hier nicht alleine, oder? Nö, nö. Niemals. Ach, da war fast Licht aus. Also wir würden sich nicht als allein lassen oder so. Da raus ins Feuer. Aber hier übrigens ist das Holz raus. Nee. Hier ist auch ein Wandssafe. In dem Raum, wo du meintest, da warst du schon drin. Heads up. Ja. Hat er recht. Hat er oben. Nein, hat er übersehen, ja? Hat er übersehen. Richtig. Aber den habe ich nicht. Der Heirax. Ihr könnt nichts beweisen. Ich kannte diesen Raum vorher, ja. Da war er nicht drin. Flammenpfeile. Flammenpfeile? So. Hier ist noch gar nichts durchsucht. Der Tisch nicht durchsucht, die Schränke nicht durchsucht. Klar. Nee. Hier ist ein Pokal drin. Muss mir jemand sagen, dass wir den Pokal mitnehmen sollen. Ja, neben uns greppen, ne? Hat hier aber noch zwei Holz? Ich habe meine oben weggeworfen, irgendwo nicht. Ich habe noch 500 habe ich noch. Sehr gut, das bringt mich aber hier hat nichts. Das ist richtig. Du hast ihn gefragt für Holz hat. Nein, dann nicht. Ah, hier. Kann man auch öffnen, Eirix? Jetzt nicht mehr. Kannst du gerne wieder zu uncraften? Ja, komm. Hier, Fernseher abgucken. Nimm mich mit. Auch spiele ich jetzt hier. Ein Fernseher, ein Metall, das ist ja auch ein bisschen billig. Wenn das im Fernseher so lange aushalten würde, so ein paar Schläger. Ey, hier ist ein Kühlschrank. Die kann man doch abbauen, oder? Oder kann man die nicht mehr abbauen? Ja, kann man. Kann man abbauen. Dann hast du Kabel raus. Ach, so. Ja, ich habe nur Metall bekommen. An denen hier bestimmt auch. Ja. Ja, Schiff mit Holz. Zack. Hier ist noch ein Pokal drin. Ja, nehmen und scrappen. Passt doch. Eirix zerkloppt hier wie ein Wahnsinniger. Nein. Mein Ding-Level ist nun Level 26. Ist das auch kaputt? Oh, hier geht alles kaputt. Ach ja. Schön ist es, auf der Welt zu sein, Sagt der Eirix zu dem Dachfreschraben. Dachfreschraben. Was? Ich skypeere dich. So, hat einer auf die Zeit geachtet eigentlich? Ja, wir haben es soweit. Wir sind bei 22 Minuten. Ah, das ist doch genau. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen haben sollte, was ihr gesehen habt und auch die andere Sicht der anderen sehen wollt, dann, ich schaue mal die Beschreibung. Lasst auf jeden Fall bei beiden bei uns allen auf jeden Fall was Nettes da, was Schönes da. Und ansonsten, oh, Stein. Ansonsten, ja. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.